Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Kameraporträt. Heute habe ich mir eine Kamera rausgesucht, die mir, wie so oft, durch Zufall in die Hände gefallen ist. Der Zufall war in diesem Fall ein extrem günstiger Preis bei Ebay. Zu dem Preis konnte ich die Kamera einfach nicht liegen lassen, bzw. ich musste verhindern, dass sie in schlechte Hände gerät. Die Kamera, um die es heute gehen soll, ist das hier. Wie man schon sieht, ist das eine Kamera für ein sehr kleines Filmformat, genau genommen für Minox-Kassetten. Ja, und im Prinzip ist das so ein Pendant zur Minox-C, nämlich eine Kamera mit elektronischer automatischer Belichtung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Filmempfindlichkeit einzustellen. Ansonsten macht die Kamera aber alles vollautomatisch. Und auch wenn es in der Praxis relativ wenig Einsatzzwecke jetzt genau für so ein Kameramodell gibt, interessant sind die kleinen Dinger nichtsdestotrotz. Und deshalb habe ich gedacht, ich stelle die euch mal eben vor. Vielleicht findet sich ja da draußen der ein oder andere Subminiaturfreund, der auch mal Informationen über dieses Kameramodell sucht. Ja, die Atron Elektro ist die zweite Generation der Atron Kameras. Die erste Kamerageneration wurde Mitte der 60er Jahre vorgestellt. Die Elektro kam dann 1970 und wurde recht erfolgreich ebenfalls als Post 55 EX Elektro in Deutschland verkauft. Die Elektro hatte im Vergleich zu ihrer Vorgängerin den wahnsinnigen Vorteil, dass man hier zumindest nochmal die Schärfe einstellen konnte. Das war bei der Vorgängerin nicht der Fall. Von so her wird das Grätchen hier dann schon ein bisschen mehr zu einer ernsthaften Kamera. Wir haben im Prinzip hier ein 18mm Objektiv, ein Yashica 18mm Objektiv mit einer Offenblende von 2.8 und einer kleinsten Blende von 13. Das Ganze muss man natürlich noch mit einem Crop-Faktor von immerhin 3 multiplizieren, um auf Kleinbild-Equivalenz zu kommen. Naja, und dann haben wir sowas wie ein 52mm Objektiv bei einer Offenblende von 8 oder 8,4, um ganz genau zu sein. Und das erklärt dann schon, dass man in Sachen Tiefenschärfe oder Schärfentiefe im Prinzip immer alles scharf hat. Also auch so ungefähr im Bereich von 1,80cm bis unendlich. Deswegen hat man bei der Vorgängerversion auf eine Scharfeinstellung verzichtet. Da man hier aber bis 0,6m, also 60cm nah an Dinge rankommt, macht es durchaus Sinn, zumindest eine rudimentäre Scharfstellung zu haben. Das Ganze natürlich nicht per Messsucher oder ähnlich ausgefuchstem, auch Zonenfokus kann man hier im Prinzip vergessen. Anschlag links, Anschlag rechts, das reicht im Prinzip schon. Auch ansonsten hat die Kamera so ein paar Ecken, wo sie sehr knausig ist, nämlich bei der ISO oder ASA Einstellung. 16 bis 200 und dann ist Schluss. Zum Glück gab es in der Welt der Minox-Filme nie so wirklich schnelles, also hochempfindliches Filmmaterial. Das verbietet sich, glaube ich, auch so ein bisschen. Wenn man die Relation Korn zu Negativgröße sieht, da ist es angebracht, den Film so langsam und so feinkörnig wie möglich zu nehmen. Das macht also schon Sinn, aber es wirkt erstmal sehr eingeschränkt, wenn man liest 16 bis 200 ISO. Überhaupt nicht eingeschränkt, sondern sehr leistungsfähig ist der interne Belichtungsmesser. Der misst nämlich immerhin von EV, also Lichtwert 0 bis Lichtwert 16. Und er ist in der Lage, hier mit einer Taste eine Warnlampe anzuschmeißen, wenn man längere Belichtungszeiten braucht. Naja, ein 18mm Objektiv, das heißt also eigentlich erst ab so einer Zehntel Sekunde muss man sich Gedanken darüber machen, dass man verwackeln könnte. Die Kamera steuert aber mit ihrer Elektronik Belichtungszeiten bis 8 Sekunden, laut Datenblatt. Ich habe mal so ein paar Tests gemacht im dunklen Raum, ist ja bei den Lichtverhältnissen, die in dieser Jahreszeit herrschen, relativ einfach, da im Dunkeln zu fotografieren. Die Kamera hat auch länger als 8 Sekunden da den Verschluss offen gehalten. Ob das dann verlässlich ist, kann man schlecht nachprüfen, müsste ich mich mal mit einer Stoppuhr daneben setzen. So genau wollte ich es dann doch nicht wissen. Es gibt aber vereinzelt Modelle dieser Kamera, die eine B-Einstellung hier auf dem Haupt-Einschaltrad haben, sodass man damit auch einen Balb-Modus aktivieren kann. Die meisten haben das allerdings nicht. Meine ist auch eine von den meisten, wo diese Einstellung nicht da ist. Dank der vollautomatischen Belichtungssteuerung funktioniert das Fotografieren mit der Kamera eigentlich sehr einfach. Ich muss mehr oder weniger, nachdem ich beim Einlegen des Filmes die ISO-Einstellung vorgenommen habe und mich für einen der beiden Scharfstellbereiche, also ganz nah oder alles andere entschieden habe, nur noch mit dem Auge durch die Kamera gucken, so ein bisschen mein Motiv zurechtschneiden und dann auslösen. Das Ganze ist super simpel. Die Kamera ist super einfach zu transportieren. Von so her so ein bisschen Spaß fotografieren mit so einer Spion-Kamera muss eigentlich immer drin sein. Von so her, die wird schon zum Einsatz kommen. Da bin ich mir doch relativ sicher. Ich finde sowas immer sehr, sehr spaßig. Vor allen Dingen, wenn man dann guckt, wie die Leute darauf reagieren, wenn man mit so einer Kamera durch die Gegend rennt. Gucken wir uns die Kamera mal eben im Detail an. Ein paar Dinge gibt es da immerhin doch zu sehen. Und wenn wir dann oben auf der linken Seite anfangen, dann haben wir zunächst mal ein Fenster für die ASA ISO-Einstellung. Das Rad ist an der Unterseite. Darunter gibt es dann den eben schon angesprochenen Schiebeschalter. In meinem Fall für die Langzeitwarnung. Da wird also hinten die LED angeschmissen, wenn eine längere Belichtungszeit notwendig ist. Manche Modelle hatten einen runden Knopf. Manche haben hier diesen länglichen Schiebeschalter. Die mit dem runden Knopf waren die früheren Modelle, die mit dem länglichen Schiebeschalter die späteren Modelle. Technisch gibt es da ansonsten keine Unterschiede. Das nächste Fenster dient der Entfermungsanzeige. In meinem Fall sind das Fuß. Es gibt aber auch metrische Modelle. Und darunter ist dann der Bildstandanzeiger, also der Bildzähler. Bei Minox-Filmen gab es ja Filme bis zu 50 Aufnahmen. Die könnten auch hier verarbeitet werden. Und ansonsten eben auch jede andere Filmlänge, die man bekommt. Des Weiteren befindet sich hier auf der Oberseite ein großer Drehschalter, der in der Mitte auf der 12 Uhr Position auf Auto steht. Wenn man ihn auf die 3 Uhr Position dreht, dann ist die Kamera gesperrt. Sie ist weiterhin eingeschaltet. Also der Warnschalter hier funktioniert weiterhin. Nur der Auslöser ist mechanisch blockiert. An der rechten Seite gibt es dann den Filmtransport. Die Kamera ist ja aus einem Stück, also nicht wie Minox dieses Ritschratsch-Mechanik, sondern man zieht hier quasi nur den Hebel raus und lässt ihn los. Der ist dann auch verriegelt. Und erst wenn ich ausgelöst habe, kann ich den wiederziehen und reingleiten lassen. Ja, dann gibt es hier eine Gewinde für eine Handschlaufe. Auf der anderen Seite gibt es ein Gewinde für ein Stativ. Und auf der Unterseite gibt es das Filmfach. Das entriegele ich auf der linken Seite mit einem kleinen Hebel. Den muss ich nach oben drücken und dann kann ich das Filmfach so rausschieben. Dann sieht man hier relativ gut, hier kommt die winzig kleine Minox-Kassette rein. Und das war es dann eigentlich schon. Wie gesagt, eine Kamera, mit der man nicht großartige Experimente machen kann, die ich aber trotzdem aufgrund der Handlichkeit und weil es halt mal was anderes ist, ganz gerne mal zu so einem Analogtreffen mitnehme. Als Gesprächsstarter ist das immer ganz interessant, mit so einer kleinen Kamera aufzutauchen. Ja, die Variante von Post hat sich tatsächlich in den 70er Jahren relativ gut verkauft. Und das, obwohl sie, wie man hier sieht, nicht wirklich günstig war. Also man hat schon ein paar Scheinchen auf den Tisch blättern müssen, um so eine Kamera zu bekommen. Und naja, trotz des kleinen Negativformats, die optische Leistung des Objektivs, die ist definitiv nicht schlecht. Da kann man also sich durchaus verlassen darauf, dass man vernünftig scharfe Bilder kriegt. Zum Scannen, ja, also 8x11 negative Scannen ist eher eine Katastrophe. Da macht es mit Sicherheit mehr Sinn, die auszubelichten. Und dann, ich denke mal so bis 9x13 kann man da ganz gut gehen. Wenn man noch ein bisschen Rand drumrum lässt, dann sieht das Ganze schicker aus. Und man tut dem Negativ aufgrund der Größe was Gutes. Ich finde solche kleinen Kameras, ich finde überhaupt außergewöhnliche Kameras, die nicht jeder hat, immer spannend. Und von so her zu einem Preis von, ich glaube 6,50 Euro, konnte ich da definitiv nicht widerstehen. Und deswegen habt ihr ein wunderschönes Kameraporträt zu dieser Yashica Atron Electro, zu der es im Netz zugegebenermaßen auch nicht sonderlich viel gibt. Und da finde ich es immer ganz reizvoll, dann zumindest ein Video zu haben, wo man mal ein bisschen was zu der Kamera erfährt. Das haben wir jetzt gemacht. Ihr habt ein bisschen was erfahren. Vielleicht hat euch das neugierig gemacht. Vielleicht guckt er mal auf dem einen oder anderen Trödelmarkt oder bei Ebay Post 55 EX oder Yashica Atron Electro. Aber auch die beiden nicht elektronischen Varianten, die es gab. Ich glaube, die Vorgängerkamera gab es sogar auch von Revue. Minilux hieß die. Minilux, doch Minilux hieß die. Auch die gab es dann zu kaufen. Sind genauso spannend, genauso interessant. Und ich finde genauso spaßig. In diesem Sinne soll es das für dieses Kameraporträt gewesen sein. Und wie immer an dieser Stelle von mir. Habt Spaß, schießt Film und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst. Und vielleicht auch die Klingel aktivierst. Denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle. Und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst. Und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.